Hallo und herzlichst Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Cygiskin und Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video Minecraft OneBlog, heute geht es mal wieder darum einfach die Insel etwas zu verbessern und zu vergrößern und hier hinten bei dem Tierbereich etwas zu merchen, denn ich habe das Gefühl hier ist langsam schon ein bisschen wenig Platz bei den Kollegen und falls einer von denen Platzangst hat, ist jetzt nicht gerade so produktiv Hilfe, Hilfe, okay, ich hasse diese Scheiße, äh, okay, das wäre jetzt wieder gefixt, Mann, das ist jedes Mal so anstrengend, dass nach einer Monsterparty zu, oh mein Gott, Leute, der zweite Villager, okay, okay, ja, das ist richtig, richtig gut, wir haben jetzt den zweiten Villager, Leute, ähm, ich muss, den muss ich auch jetzt gleich einbauen, ich würde den in Sandstein einbauen, auch so hier in die Richtung, ich würde hier, ich würde hier nochmal verbreitern, so, und dann, der, der, der steht da an, oder? Okay, Leute, ich glaube, das sollte es sein, und jetzt mein lieber Villager-Frau, ah, das ist der Joe, hallo Joe, Joe, äh, Joe, Sohn, ähm, ich lade dich gerne ein, mit mir mitzukommen, Joe, komm, Joe, hier ist, hier geht's in die Freiheit, komm, Joe, 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 ja, nein, 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 falsche Richtung, Joe, falsche Richtung, Joe, oh mein Gott, Joe ist noch anstrengender als sein Freund, ähm, so, warte, ich will kurz vermeiden, dass er hier lang geht, so, Joe, jetzt komm mit, ach komm, Joe ist wirklich anstrengend, oh, Joe, 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 das, das machst du sehr gut, wirklich, machst du wirklich außerordentlich, geschafft, Leute, äh, Joe ist jetzt hinter Schloss und Riel, oder hinter Terracotta, und, ähm, ja, okay, ich glaube, das sollte hier so reichen, da kommt, glaube ich kein Zombie so hin, oder, nee, sollte nicht, ja, ansonsten hab ich halt ein Problem, äh, okay, Leute, jetzt übertreibt mal nicht, nein, 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 okay, okay, ja, 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 also, wirklich jetzt, also, hm, das ist wirklich jetzt schon irgendwie ein bisschen, ja, egal, ey, ich soll mich nicht aufregen, oder so, nein, 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 das mach ich nicht, okay, Leute, übertreibt mal nicht, oder, nein, 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 ich dachte so, ich muss noch Villager breeden, ja, hä hä, ich ein bisschen falsch gedacht, ja, nee, 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 übertreibt mal nicht, ja, ähm, ja, oh nein, oh nein, 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 ach komm, die haben mir hier die Wildscher zerstört, okay, das war nicht gut, das war wirklich nicht gut, ja, egal, wir haben noch zwei Leute, wir, wir, wir müssen es positiv sehen, wir haben noch zwei Villager, okay, meine lieben Freunde, ihr bekommt jetzt hier ein kleines Home-Merch, ich hoffe, ihr freut euch, ähm, hier jetzt erstmal unser Villager-Bereich, es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich den hatte, aber war jetzt auch nicht zu schlimm, also, das hat jetzt nur ein bisschen gedauert, und, äh, ja, ich hoffe, ihr habt hier genug Platz für, egal, was ihr machen wollt, und, äh, ja, Leute, ähm, ähm, äh, warte kurz, oh Leute, es funktioniert, Leute, ich hab rausgefunden, warum es nicht funktioniert hat, der Minecraft Pro unter euch hat wahrscheinlich schon rausgefunden, warum ich hatte keine Betten, ja, und ich hab jetzt circa ziemlich viel Weizen verschwendet, und, äh, Leute, hier ist einfach ein Schaf gespawnt, also, danke, Schaf, ich freu mich, dass du hier bist, weil, äh, die Schafe wurden ja davor schon alle ausgerottet, jetzt hab ich welche, warte, okay, und ich brauch sehr viel Wolle, okay, ich werd ja erstmal hier die ganzen anderen Viecher ausrotten, damit wir nicht mehr Schafe spawnen können, okay, Leute, ich hab mir jetzt gerade die Betten gecraftet, das war, äh, anstrengend, okay, Leute, jetzt Anlauf Nummer zwei, ich bin jetzt um einiges schlauer, erstens, blub, 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 so, das ist jetzt gut, und, ähm, zweitens muss ich die zwei Kollegen trennen, weil irgendwie einer hat immer so eine Pick-up-Priority, würde ich fast nennen, also einer, ähm, ähm, ja, Kai hat's geschafft, schau, Kai ist schlauer als du, Joe, hm, hm, das siehste, Kai ist schlauer als du, okay, und jetzt muss ich ihm noch das Zeug zuwerfen, ähm, es stand, die brauchen jeweils, wie viele Brote, ich glaub, nein, Mist, die brauchten sechs Brote, okay, ich geh nochmal Brote holen, okay, Leute, das heißt, der hier bekommt, äh, nein, Joe, du, nee, oder, warte, wir machen so, Joe, du bekommst eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, so, Joe hat sechs bekommen, und jetzt bekommst du hier auch sechs, so. Gut, sie haben's jetzt aufgesammelt, und, Leute, ja, äh, also die Bedingungen sollten mal erfüllt sein, wartet, ich geh jetzt wieder. Oh, Leute, es hat funktioniert, endlich, schaut, Leute, da ist unser kleiner Villager-Freund, er hüpft gerne auf dem Bett rum, okay, Leute, cool, dass das jetzt endlich geklappt hat, nach dem zweiten Anlauf, das hat ein paar, aufnahmen, ist eine Stunde lang, Stunde, ja, genau eine Stunde lang, und das war jetzt relativ aufregend, ähm, und wir müssen sehen, würde ich sagen, danke fürs Zusehen, Leute, ja, das scharf sagt das auch, bis zum nächsten Mal, lasst gerne ein Abo und ein Like da.